Und der erste Eindruck auf die ersten paar Meter, jetzt kannst du ein wenig Interview machen, jetzt können wir da filmen. Ja, interessant. Ich glaube, jetzt bin ich gerade ein bisschen falsch gegangen. Da kommst du nie weiter, wenn du so durst. Total motivierend, gell? Bitte? Total motivierend, eigentlich. Ja voll. Du hast dich herausgekommen. Vielleicht soll ich Usi-Trainer werden oder so? Ja. Usi-Lettersteig. Grüne. Vielleicht soll ich das Unterseil durchgehen. Bitte? Nein, mach einfach. Jawohl, sie kämpft. Da kommt Katte. Ja. Hier kommt Katte. Ohne Helm und ohne Katte. Einfach Katte. Ohne Helm? Nein. Ach so, stimmt. Das heißt, kannst du dreimal irgendwie durchstehen? Nein, gar nicht. Das war überhaupt nicht. Ich bin schon immer. Ja. Ich komme dann auch auf die berühmte, berühmte Homepage. Ja, wenn du es willst schon. Wenn du es nicht verhindern kannst, sagen wir so. Wie heißt die Homepage? Das haben wir uns heute Klärung machen. Ah, Klettermax.at. Ja richtig, Klettermax.at. Juhu. Okay, äh, das ist immer der erste Take gewesen. Was war das jetzt? Ich hab mir selber gehabt. Trink mich. Ja richtig?! So-